Wie stoße das auf? Das hat ja so keinen Sinn Geben dafür hier oben vielleicht noch einen Wie setzt das auf? Na ja, gut Ich würde gerne Stimmbauern aber noch Die sind im Fluss und alles, das ist immer nicht so schön Neue Einheiten sind bereit Da fehlt auch nur noch einer Da fehlt auch nur noch einer Komm ran jetzt hier, zack Da fehlt auch die Kanonen, alle sind in Wunder verschwindet Wie viele Gurkane Ähm Ähm Wieviele 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 Kann doch alles nicht wahr sein Kann doch alles nicht wahr sein Ha Ähm Ähm Und weiter darfst du fahren Ähm Was man hier aber machen könnte Was man hier aber machen könnte Hier oben Mh mh Also hier dann noch eine TVR-Milie reinzusetzen, aber Ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch lohnt Deswegen Ähm Ähm Ja Lieber auf die Wirtschaft konzentrieren Wieviele 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 Gehe Gehe Falsh erstmal Me komme Wieviele Da hilft dann ja wohl nur eins. Müssen wir den hier halt noch Wolle transportieren lassen, ich meine, was will man sonst machen? Sieben Mannen, gegen der Zeit, ah, noch hat er hier keinen. Hier ist die Frage, riskieren oder nicht riskieren? Der Gelbe hat ein großes Handelsschiff, ähm, kann man ihm hier nochmal irgendwas andrehen, bevor wir hier... ... 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 steinchen ich wollte gerade sagen, wenn ich das jetzt nicht ausgeladen hätte, dann wäre ich jetzt aber an die deckel gegangen er scheint gar nicht im lager, das ist einfach viel zu wenig hier produzieren die produktion muss verbessert werden nur wie ihr habt euren einwohnern die baumaterialien 1 0 0 1 schneller produzieren geht ja auch nicht dann bräuchten wir noch mehr felder die ressourcen dieser insel sind erkundet stein und holz ein bisschen fail ist er ja schon wenn nicht ich muss ja wahrscheinlich wieder hier wenn ich das hier so mal sagen darf, dass ihr ganz schön fail und jetzt auch gar keine hohen ansprüche also das ist ja offensichtlich ist ja offensichtlich und offensichtlich ist dass man hier ganz gut Wolle produzieren kann die haben alle schon boah ich hing ja hier ganz schön hinterher muss ich da so einfach mal zugeben ja von den ganzen müll wieder zurückgepackt so ihm können wir theoretisch kleidung und kakao kakao ach ne der hat ja schon kanon kakao bekleidung wo da er war das ne kleidung und kakao perfekt was will denn hier wir müssen nur verkaufen ähm ja ist klar gar nicht leicht übertrieben oder so gar nicht wo man hier einfach mit dem kanonschuss einmal draufballern kann und dann sind alle tot wo sind musketiere ist gut die können ja auch aufs schiff schießen naaa hier ist schon alles nie so leicht hier ist schon alles nie so leicht Soldaten sind ausgebildet so ich haue jetzt hier nochmal ein Speed rein ähm ich hoffe dass hier unsere Bilanz so langsam dann auch mal wieder bessert ist zur Not müssen wir dann wirklich hier die Leute sich mal richtig entwickeln lassen ich glaube das ist auch die einzige Möglichkeit der Alkohol geht zur Neid der Alkohol geht zur Neid die 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 Hmmmm Fuck Irgendwas wollte ich machen Waaaah Gucke ich erst nochmal wie sich das hier Acht Tonnen Kanonen Und Soldaten sind fertig Ach genau ich wollte Weiß ich wieder Umsatzkosten senken Und zwar Werkzeuge Was brauchen wir denn hier noch weg Hallo Neue Einheiten sind bereit Naja jetzt ist es Klar Ähm Ich brauche auf jeden Fall Ich brauche auf jeden Fall Mehr Alkohol und Tabak Hilft nichts Steine haben wir jetzt auch genug Da können wir dann Auch wenn man das Geld sicherlich für Härtere Zeiten sparen könnte Neue Einheiten sind bereit So geht das doch alles schonmal ein bisschen schneller hier Wie sieht es denn hier mit unserer Lage aus 14 Tonnen Kanonen Wie sieht es denn hier mit unserer Lage aus Du kannst auch noch welche aufnehmen Wie sieht es denn hier mit dem Kosparen Kanonen weg Was fällt hier ein? Wie sieht es denn hier mit dem Kosparen Kanonen weg Holzensteine Da fehlt dann noch ein Werkzeug Acht Das sollte reichen Und es geht noch auch Haben wir noch zwei Und Und Wie sieht der Regenblatt aus Wie sieht die Schaden aus? Wichtig aus